Das ist doch Quatsch, Freunde. Erfahrungsgemäß bin ich immer sehr, sehr skeptisch, wenn Marken, die eigentlich nichts mit dekorativer Kosmetik zu tun haben, plötzlich mit Make-up rauskommen. Aber hier konnte ich nicht Nein sagen. Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Recht spontan, ich hatte das nicht geplant. Und normalerweise weiß ich ja immer so ein bisschen vorab, was kommt wann raus, welche LE wird es in den nächsten Wochen in der Drogerie geben, weil ich natürlich einige Sachen vorab von den Marken zur Information bekomme. Manchmal habe ich auch einfach Glück und meine Filiale ist einfach schon recht forsch vorangeschritten. Davon habe ich ehrlich gesagt gar nichts mitbekommen und ich kann mir vorstellen, dass die meisten von euch davon auch nichts mitbekommen haben, denn Ardell hat Lidschattenpaletten rausgebracht. Zwei Stück an der Zahl und die werden wir heute testen. Ich hoffe, es geht euch gut und ich hoffe, ihr habt alle ein wunderschönes Wochenende gehabt. Falls nicht, hoffe ich, dass ich euch mit diesem Video ein klitzekleines bisschen aufmuntern kann. Ihr kennt mit Sicherheit Ardell. Ardell macht eigentlich Wimpern und ich glaube auch Fingernägel, da heißt die Marke dann aber anders. Also eher so Add-ons würde ich sie bezeichnen, so Hinzufügeleien zu einem Look. Jetzt habe ich aber diesen Aufsteller bei DM gefunden mit diesen Lidschattenpaletten und Wimpern. Die Wimpern habe ich nicht mitbekommen. Ich habe genug Wimpern hier. Ich trage auch nicht mehr so häufig Wimpern, deswegen habe ich gedacht, lassen wir die da für jemanden, der vielleicht die Ardell-Wimpern sehr, sehr gerne mag. Aber ich war ehrlich gesagt so ein bisschen überrascht, denn damit habe ich nicht gerechnet und wir schauen mal, was sie können. Denn erfahrungsgemäß bin ich da ja immer so ein bisschen voreingenommen und vor allen Dingen auch zu Recht oft skeptisch, weil meistens die Produkte eher so ein bisschen nicht ganz so spektakulär sind. In der Kollektion gibt es zwei Lidschattenpaletten. Einmal die Rosy Glitter Eyeshadow Palette. Hier sind neun Farben mit drin. Und ja, also Packaging ist spannend. Also das ist jetzt so ein recht aufregendes, aber doch simples Packaging. Es erinnert mich so ein bisschen an diese kleinen Mini-Paletten von Essence. Wir haben einmal ein Hartplastik und dann ausgefräst hier diese Glitzerpalette mit rosanen Glitzerpailletten obendrauf und neun Farben. Wir haben ein, zwei, drei Matte und sechs schimmernde Töne. Ich erkenne aber auch ein paar verschiedene Schimmer-Dimensionen und wir haben auch sogar ein Pressing mit drin. Das sieht dann so ein bisschen aus wie so ein kleines Karo-Muster. Erster Eindruck war von außen, ja, hätte ich nicht so gemacht von der Verpackung, weil das doch sehr, 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 sehr jung aussieht. Geht eher so Richtung Essence und Rival Love Me, würde ich fast sagen, ohne Wertung. Aber das habe ich bei Adair halt nicht gedacht. Wir haben auch noch die blaue Palette und auch hier sind nur drei, nein, Quatsch, hier sind sogar nur zwei matte Farben mit drin. Auch neun Farben und hier haben wir einfach blaue Paletten obendrauf. Deutlich, deutlich größer Packaging, an sich schön, ist jetzt aber ein Standard-Packaging, würde ich sagen. Was mich so ein bisschen stutzig macht, ist die Farbaufteilung. Ich finde die Farben an sich zwar wirklich, wirklich schön, ihr kennt mich aber, ich brauche ein paar matte Farben. Wir haben jetzt hier zwei matte Farben. Ich fange jetzt einfach mal ein bisschen an zu swatchen in der blauen. Die matte Farben bringen wir eh gleich auf mein Auge, deswegen gehe ich jetzt hier einmal in den Ton hier unten. Ja, ist eher so ein bisschen Topper-Shade. Da könnt ihr den, glaube ich, ganz gut sehen, aber ist ganz gut pigmentiert. Wir haben den hier unten. Der hat ein paar gröbere Glitzerpartikel mit drin, oh krass. Der ist sehr intensiv, da könnte ich sogar noch weiter swatchen mit. Schaut mal. Wir haben einen etwas helleren blauen Ton, auch super, super cremig, krass. Ja gut, siehste, Maxim. Also, ich bin immer ehrlich mit euch, als ich die gesehen habe, dachte ich, das ist super, super billig und die Lidschatten können nix sein. Bin ich ehrlich. Aber das sieht jetzt erstmal gar nicht so verkehrt aus, im Swatch zumindest. Ihr kennt mich, ich gebe mich so viel auf Swatches, weil ich swatche nicht auf dem Auge. Wir probieren nochmal diesen Icy-Ton. Der ist ein bisschen grob glitzernder, aber auch sehr, 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 sehr hell. Ja. Und zu guter Letzt nehmen wir hier nochmal den grünen. Auch der fühlt sich sehr weich an. Nicht ganz so weich wie der dunkelblaue, aber wirklich pigmentiert. Schöne Farben jetzt auch auf der Hand geswatcht. Für den Look wird es spannend. Wir swatchen mal noch die nächste Runde. Hier haben wir drei matte Farben, aber auch alle so super, super hell. Die Farbe verstehe ich ehrlich gesagt gar nicht. Da weiß ich nicht, was das sein soll. Ist aber sehr, sehr cremig. Ja, auf der Hand ist es ein bisschen heller. Ist so ein gelber Ton. Wir gehen jetzt mal hier in den lilanen, in den roten, in den, ja, eins, oh, zwei, drei. Auch sehr, sehr schöne Farben. Ja, Maxim ist eigentlich immer so voreingenommen. Haben wir den schon? Der sieht nämlich auch krass aus. Oh ja. Oh, das sieht aus wie ein Kissengespräch. Und hier den goldenen Korn, dann haben wir alle. Äh, ja. Also, ne, wirklich toll vom Swatch her. Wir bringen sie auf die Augen. Die Paletten haben jeweils, glaube ich, 9,95 Euro gekostet. Was ganz okay ist für neue Farben. Und das sind auch recht große Fändchen, ne. Also, wir haben pro Lidschatten 1,5 Gramm. Üblicherweise sind das meistens 1 Gramm Fändchen. Teilweise gibt es sogar 0,7, 0,8, glaube ich, oder 0,5. Je nachdem. 1,5 Gramm ist eine Menge. Gerade bei den Schimmertönen. Schimmertöne sind immer teurer als matte Töne. Deswegen kann man da sagen, okay. Die haben ein bisschen mehr investiert für die Schimmerfarben. Und dadurch haben sie natürlich auch mehr mit reingebracht. Der einzige Kritikpunkt, den ich daran habe, ist, dass es mir zum Reviewen dann immer schwerfällt, einen vernünftigen Look zu machen. Weil ich nicht so viele Ausgleichspunkte habe, ne. Also meistens, um so eine Lidschattenpalette zu reviewen, starte ich mit einer Transition Shade. Und dann blende ich die aus mit einer anderen Farbe. Dann verdunkel ich die. Dann habe ich schon mal drei Farben. Dann kann ich hinten einen Schimmerton, in der Mitte, vorne, in der Corner und unten vielleicht auch noch was machen. Dann habe ich so viele Farben, wie es geht, benutzt. Das wird hier nicht so einfach werden. Ihr habt die Swatches aber gesehen. Ich glaube, dass sie eher etwas zur Ergänzung ist oder für super, super simple Looks. Was ja auch nicht schlecht sein kann. Bevor wir hiermit aber weitermachen, einmal ganz kurz an Maxim, der euch zeigt, wie ihr die perfekte Pflege für eure Haut findet. Und es gibt einen so krassen Winter Sale. Es ist der größte Sale des Jahres von Jepoda. Und ich dachte mir, ich nutze die Gunst der Stunde noch einmal ganz kurz, um euch noch einmal eindringlich, eindrücklich, ihr wisst, was ich meine, dazu zu ermutigen, es endlich einfach auszuprobieren. Weil ihr mittlerweile wisst, wie sehr ich auf die Produkte schwöre. Und zwar aus ganz bestimmten Gründen. Nämlich zwei. Nummer eins. Wenn du noch nicht so viel Erfahrung mit Skincare hast, hast du durch das The Full Glow Set eine komplette Skincare-Routine. Und du musst dir um nichts mehr Gedanken machen. Ich weiß, dass viele sich gerne mit Skincare auseinandersetzen wollen, aber nicht wissen, womit fange ich an? In welcher Reihenfolge mache ich dies? Wann brauche ich das Produkt? Passt dieses Produkt mit jedem Produkt zusammen? Braucht ihr euch keine Gedanken mehr zu machen, weil die Produkte alle aufeinander abgestimmt sind? Und alle aufeinander aufbauen? Ihr kennt das The Full Glow Set. Da habt ihr vom Double Cleansing bis zum Treatment alles mit dabei. Große Empfehlung, das komplette Set. Das habe ich natürlich jetzt hier schon mittlerweile seit einigen Jahren in Verwendung. Und auch immer wieder in meinen Aufgebraucht-Videos. Und vor allem euch auch schon ein paar Mal gezeigt. Ich dachte mir gerade aber zu diesem XXL Winter Sale, bei dem ihr 30% auf alles bekommt, nutze ich das Ganze nochmal, um euch nochmal ein paar Produkte zu zeigen, die ihr seltener bei mir seht, weil sie nicht in dem ganzen Set mit drin sind, die aber meiner Meinung nach unbedingt in ein Set müssten. Ach, hier, Poda. Und gerade aus gegebenem Anlass. Erinnert euch an letztes Wochenende? Ich habe eine Creme benutzt, weil ich dachte, ich schweife mal von meiner Routine ab. War ein großer Fehler. Ich habe den Ausschlag meines Lebens bekommen. Ich habe überall Pickelchen bekommen. Hier, gut, das ist ein Rasierpickelchen, aber ihr seht es, ne? Ich habe überall so ein paar Unebenheiten bekommen. Und es gibt ein Produkt, was ich euch viel zu selten gezeigt habe. Aber das hat mir jetzt echt geholfen. Gerade hier hatte ich gestern Abend noch richtige Stippchen mit drauf. Und das ist The Spot Stop. Das ist genial. Das ist extrem viel. Es sind 20 Milliliter, aber ihr braucht für... Also ich habe gestern diese Menge gebraucht. Ihr seht sie kaum. Die ist mit AHA und PHA und Teebaumöl. Und die ist perfekt für diese kleinen Unebenheiten, für diese kleinen Entzündungen. Einfach ganz leicht hier rauf getupft. Das bildet dann wie so einen kleinen Film. Damit könnt ihr dann einfach ans Bett gehen. Und am nächsten Tag ist diese Entzündung so unglaublich. Also es ist schon fast Magie zurückgegangen. Und es hat mir hier geholfen, dass die Textur jetzt auch deutlich flacher ist. Ich merke das jetzt kaum noch. Es ist nur noch ein bisschen gerötet. Das dauert bei mir ja immer einen Moment. The Misthave habe ich hier überall stehen. Einmal hier sogar noch aus der Halloween-Edition nutze ich regelmäßig als Setting-Spray, als Priming-Spray. Einfach rüber. Ein ganz, ganz zarter Duft, der so ein bisschen die Haut mit Feuchtigkeit versorgt. Die Haut auf alle weiteren Schritte vorbereitet. Das ist das Original-Produkt. Da seht ihr auch, ne? Das ist auch schon fast leer. Und das ist so ein bisschen untergegangen bei mir. Die Bruder hat sich nämlich mit einer Creatorin zusammengetan, Bouchy. Und sie hat den Get Glassy rausgebracht. Schaut euch mal meine Lippen an. Ein bisschen trocken sehen sie aus. Ein bisschen, ja, so trockenheitsfältchen. Ihr habt hier oben so einen Ball. Ein ganz leichter Menthol-Duft. Und das ist, hat einen Finish wie ein Lipgloss. Klebt aber nicht. Also das ist vom Gefühl her wie so ein ganz zartes Lippenöl. Ist sogar ein Glasflakor. Also auch sehr, sehr, sehr hochwertig. Und perfekt für unterwegs. Generell, klickt euch einfach mal durch. Bei 30% kann man nicht viel falsch machen. Und, ganz, ganz wichtig, ihr habt die 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Also nutzt die Chance, diese 30% Winter-Sale zu bekommen. So schnell gibt es keine 30%. Wenn man üblicher Kurve, das ist immer so zwischen 10 und 20. 30% ist natürlich super selten. Und wird es jetzt auch erstmal nicht mehr geben. Deswegen verlinke ich euch alle Produkte von Jeepoda einmal unten. Schaut da gerne vorbei. Es lohnt sich. Und schreibt mir gerne eure Erfahrungen in die Kommentare. Alright, ihr seid bereit. Ich bin bereit. Let's go. Soll ich mal ein Stückchen näher ran? Ein bisschen Licht. Ja, okay. Wir starten mal mit Blau. Ich gehe jetzt einfach mal mit einem fluffigen Pinsel in den grauen Ton rein. Wir schauen mal, wie weit wir kommen. Ist halt weiß, ne? Also er ist grau, aber er ist weiß. Okay, den können wir schon mal nicht benutzen. Ein bisschen Kickback ist in der Palette mit drin. Ich blende jetzt einfach hier das Babyblau mit ein. Meine Base ist bereits fixiert. Deswegen ist es auch ein bisschen pastelliger. Also, ich fühle mich so ein bisschen wie Elsa, die einen kleinen Frostschaden auf den Augen hat. Das ist natürlich jetzt eine Farbe. Diese Pastellfarben, die ja eh schon so ein bisschen schwieriger sind. Du kannst sie wirklich gut aufbauen. Es bleibt aber immer Pastell, ne? Und du kriegst keine Tiefe auf dein Auge, was wir meistens wollen, sondern durch helle Farben kommt hier etwas hervor. Und ich glaube, ihr seht es, es sieht jetzt sehr, sehr platt aus. Deswegen machen wir einfach mal etwas, was ich niemals sonst machen würde, damit wir einfach die Farben benutzen. Ich nehme jetzt einen fluffigen Blendepinsel und gehe als erstes in diese Farbe hier rein. Das ist eine Schimmerfarbe. Die setze ich mir jetzt aber in die Lidfalter, um ein bisschen Tiefe zu erzeugen. Man könnte natürlich auch diesen ganz monochromen Look machen. Ich gehe mal in den dunklen Ton. Einfach nur, weil durch so einen Blendepinsel ich eher die matten Pigmente in einem Schimmerton mit rausarbeiten kann. Und da siehst du dann auch, kriege ich Tiefe ins Auge. Das Problem ist einfach, dass du eigentlich nur einen Schimmerton auf dein Lid packen kannst und dann hast du einen fertigen Look. Schreibt mir doch einfach mal in die Kommentare, wie ihr zu solchen Paletten steht, die sehr, sehr beschränkt zu benutzen sind. Ich trage mir jetzt einfach mal hier hinten den Schimmerton in dunkel auf, gehe dann ins Zentrum ein bisschen heller und vorne dann in den hellblauen Ton. Ja, wobei, warte mal, warte mal, warte mal. Maxim sei nicht immer so voreilig. Also ihr seht, Fallout ist definitiv da. Deswegen macht unbedingt die Base vorher. Also es ist ein Look geworden, aber es ist nicht der Look, den ich üblicherweise so tragen würde, weil er halt, ne? Also mir fehlt ein bisschen Tiefe, mir fehlt ein bisschen Präzision. Das kriegst du natürlich eher durch diese matten Töne hin und kannst dann akzentuiert mit Schimmertönen arbeiten. Welcher aber mit Sicherheit sehr, sehr gut aussehen wird, ist dieser helle, eisige Ton hier. Ne? Da kannst du schon ein Highlight setzen. Ich finde es jetzt ehrlich gesagt nicht schlecht, aber du merkst schon, die Töne sind ein bisschen, ein bisschen bröckelig. Manchmal ist es gar nicht so gut, wenn man größere Fändchen hat, weil dann einfach das Pressing nicht mehr ganz so gut wird. Der Look ist jetzt da. Das ist jetzt kein Look, den ich so im Alltag tragen würde, bin ich ehrlich. Deswegen glaube ich, dass die andere Palette dafür ein bisschen besser funktionieren könnte. Und das testen wir einmal. Wir verzichten, guck mal. Also diese Farbe hier kommt auf meinem Auge nicht raus. Deswegen können wir die schon nicht benutzen. Die kann man nehmen, um das Lid zu fixieren. Das ist okay, das machen viele. Dafür nehme ich aber meistens ein Gesichtspuder. Deswegen gehe ich jetzt einfach in diesen rosanen Ton. Das ist doch Quatsch, Freunde. Also das ist ja wirklich der kleinste Hauch an Farbe. Da baue ich auf und baue ich auf und baue ich auf. Ich wechsle nochmal den Pinsel. Nicht, dass es heißt, der Pinsel ist schuld. Und das war es dann, ne? Mit der Deckkraft. Also, ich mag ja zarte Looks. Ich habe einen schönen Look gestern gesehen, glaube ich. Da hatte die Person wirklich nur so ein ganz... Also es war schon ein bisschen mehr als das, was wir jetzt hier drauf haben. Und dann hatte sie einfach eine sehr helle Crease. Und das war es dann. Das ist Quatsch. Also das ist wirklich Quatsch hier. Das ist... Ich bin ja im Moment recht hell. Und alles, was dunkler ist als ich, kann die Mattentöne sowieso schon nicht benutzen. Und selbst wenn du heller bist als ein Blatt Papier, dann wird die Farbe auch nicht wirklich rauskommen. Das ist ja so... Das ist... Nein, ich werde gemein. Ich habe ja schon oft mit euch darüber geredet, wie so ein Lidschatten aufgebaut ist, ne? Es gibt immer eine Base, eine Füllfarbe, die ist meistens weiß, farblos. Und je günstiger Lidschatten in der Produktion sind, desto mehr Weißanteil ist natürlich mit drin. Weil Weiß günstiger ist als Blau. Das siehst du hier, weil die Farbe sehr, 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 sehr zart ist. Und vor allen Dingen auch sehr weiß. Heißt also, wir können hiermit nix an Mattentönen benutzen. Ich zumindest nicht. Deswegen wird es jetzt einfach ein schöner Schimmerton. Die Schimmertöne haben mir ja sehr, sehr gut gefallen. Ich... Das dir jetzt hier einfach mal rüber. Aber auch mit dem Pinsel kommt da nichts oder kaum was rum. Ich probiere es ein bisschen zu vertiefen. Nehme mal den hier. Ja, der ist schön. Das ist ein wirklich schöner Schimmerton. Das wird jetzt... Guck mal, das wird jetzt hier ein richtiger... Ich traue mich schon gar nicht mehr zu sagen. CT-Look. Sehr romantisch. Ne? Es wird, aber ich glaube, sobald dein Augenlid nicht mehr so eben ist, wird es sehr, 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 sehr schwierig daraus was zu machen. Weil Schimmertöne in der Lidfalte sind immer schwierig. Und je nachdem, wie ich gucke, sieht es dann auch recht komisch aus. Wir gehen jetzt hier hinten nochmal ein bisschen in den lilanen Ton. Das ist auch gemein, was ich jetzt sage. Ich finde, nur Schimmer auf dem Lid sieht immer ein bisschen cheap aus. Ah, das ist so... Ihr merkt das, ne? Es fällt mir so schwer, weil wenn ich jetzt hier in den Bildschirm gucke, finde ich die Seite eigentlich ganz schön. Wenn ich mir das Ganze jetzt hier aber im Spiegel anschaue, ne? Dann sehe ich ja noch ein bisschen mehr als die Kamera. Und dann habe ich zwar Farbe auf dem Auge, aber halt auch nicht so ordentlich und so... Wo ich sage, boah, ja. Wir ziehen uns nochmal eine Cutcrease mit dem hellen Ton hier. Ne? Du kriegst was hin, versteht mich nicht falsch. Du kannst daraus was machen, aber an sich mit der Palette... Die erinnert mich so ein bisschen an die Wolfgang Jo Palette, wenn ich ehrlich bin. Was wir jetzt nochmal probieren könnten, da bin ich wirklich auf eure Meinung mal gespannt. Was wir jetzt nochmal probieren könnten, ist so einen kleinen Highlighter draus zu machen. Und so ein Blushleiter, das geht schon, ne? Ich will halt nicht immer so negativ sein. Und ich glaube, ihr kriegt auch mit, wie schwer mir das fällt, sowas so kritisch zu bewerten. Die Looks jetzt so auf die Entfernung in der Kamera sieht das nicht schlecht aus. Und die Farben haben sich auch sehr, sehr gut swatchen lassen. Und ich glaube, wenn du mit dem Finger arbeitest, bei den Schimmertönen, vor allem hier auch in der blauen Palette, kriegst du da echt grandiose Sachen. Schau dir das an. Also das sind ja tolle Farben, die aber nicht so gut mit dem Pinsel funktionieren. Das ist völlig in Ordnung. Nur die Farbzusammenstellung der Farben ist nicht so einfach, meiner Meinung nach, daraus was Schönes zu machen. Und Schimmertöne haben wir ja schon viele zu Hause. Deswegen bin ich ganz gespannt, was ihr dazu sagt. An sich qualitativ, die Schimmertöne toll. Du brauchst die aber als Ergänzung. Du brauchst andere Farben, um daraus einen besonderen Look zu machen. Klar, du kannst auch nur ein ganz bisschen Schimmer mit aufs Augenlid geben. Das ist für jemanden, der vielleicht nicht so aktiv im Make-Up-Bereich ist, vielleicht auch genau das Richtige. Da glaube ich dann aber, ist Adele nicht die richtige Marke für so Basic-Basic-Sachen. Es wäre einfacher gewesen oder es wäre effektiver gewesen, so eine Fünfer-Palette oder so eine Neuner-Palette kannst du ja auch machen. Aber dann halt mit Braun und Gold und Silber und ein bisschen Braun und ein bisschen weniger Braun, dass du einfach etwas abdeckst. Du musst halt überlegen, in der Drogerie, da gehen nicht nur Leute wie wir hin, die sich jeden Tag Beauty-Videos anschauen und Make-Up lieben und auch schon wissen, was es gibt. Sondern da geht auch jemand dran vorbei, der gar keine Ahnung davon hat und denkt, oh, die Verpackung ist aber schön. Und die Farben sind schön, aber dann sind sie meistens zu Hause und wissen nicht so, wie sie damit arbeiten können. Deswegen schwierig. Qualitativ. Gut, du kriegst was draus hin, was auch wirklich hübsch aussieht. Aber hier siehst du es schon, hier hinten sieht es dann fleckig aus, obwohl es nicht fleckig ist, durch diesen Schimmer. Ich bin super gespannt, was ihr dazu sagt. Das war wirklich ein schnelles und bewegendes Video. Allerdings haben wir ja trotzdem noch was Schönes und zwar aktuell den Winter Sale bei E-Poda. Da lohnt es sich wirklich nochmal sich so ein bisschen auszustatten. Oder vielleicht auch nochmal das ein oder andere Angebot von E-Poda zu entdecken. Und ihr habt natürlich auch immer die 30-Tage-Geldsruhe-Garantie. Ich verlinke euch einmal alles mit unten in der Infobox. Schreibt mir gerne euer Feedback zu den Lidschattenpaletten unten rein. Mich haben sie jetzt nicht so überzeugt für 9 Euro. 6,99 hätte ich dafür ausgegeben, glaube ich. 20 Euro für beide. Ist aber ganz schön viel gewesen. Die süßen Meuse, fühlt euch gekisst, fühlt euch gedrückt. Bis zum nächsten Mal.